Urdhva-Badda-Hasta-Prapada-Setu-Bandha-Sarvangasana ist die Schulterbrücke auf Zehenspitzen mit gefalteten Händen nach oben ausgerichtet. In dieser Stellung öffne dich ganz zum Himmel. Schiebe das Becken so hoch, wie du kannst und hebe die Fersen so hoch, wie du kannst. Atme tief und gleichmäßig, vielleicht sogar mit sanftem Ujjayi-Atem. Die Stellung ist durchaus anstrengend, das wirst du nach ein paar Atemzügen merken.